In der letzten Folge haben wir ein wunderschönes, also wunderschön nicht, aber ein hässliches Kackproblem gehabt. Und zwar haben wir das Problem, dass wir den Beacon nicht dahin machen können, wo wir den da haben. Das würde halt bedeuten, dass wir... Mach ich ja nicht mal Technik, aber du Enderman... ...ein bisschen improvisieren müssen. Wir müssen nämlich einmal... ...einen neuen Dingsbau. Und ich habe schon mal gespottet, ungefähr in einer Copie... ...wo wir hin können. Und dabei ist mir so dieser Punkt hier aufgefallen. Oh, genau, dieser Punkt, den ich jetzt hier... ...zu 3x3xA, B, ja. Das A, B, ja, kommt erst nach dem B, ja. Denn wir müssen hier erstmal gucken, wo wir hier zu Hause sind, also sprich... ...wir wollen ja dieselbe... ...dieselbe Linie quasi dann haben mit den 2 Beacons. Dann sind wir halt etwas über 100. Und zur Not müssen wir halt irgendwie dazwischen... ...ist das halt dann so. Oder wir setzen halt in 20 Folgen wieder um. Wer weiß das schon. So, und zwar haben wir hier die Koordinate... ...ähm... ...107. We're looking at 107. Äh, wo steht looking at? Tak, 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 tak. 107, genau, 107. 107. 3, 4, 5, 6, 7. Also, wir müssen erst hier durch. das heißt hier 108 oder 907 das heißt hier das hier so jetzt die frage man so hat es jetzt recht allerdings das war links so das schon mal dazu und da können wir nämlich hier da unten gehen und aber ohne den natürlich hier zu beschädigen wie viel wollen wir die noch kaputt machen zack 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 das geht auch ziemlich zügig wenigstens wenigstens etwas zack 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 wunderschön 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 das ist doch schön da müssen wir jetzt nur nach unten und hoffen dass wir keine ja kein wasser wollte ich schon sagen haben komm komm mir zu hier bauen wir mal zu so jetzt sind wir im deep slate bereich angekommen wir könnten jetzt theoretisch gesehen sagen wir haben wir ein wasser einmal dabei haben wir nicht ne schade haben wir einen schalker box dabei ja hier ist schalker box mit dabei können wir theoretisch gesehen schon mal sagen hier kommen wir schmeißen mal das gold raus sieht das raus deep slate raus ende seite raus das zeug raus wo wirb ich eigentlich block auf retzern dabei so wir wollen nämlich quasi bis auf bedrock bis auf elf glaube ich alle nicht elf quasi bedrock wollen wir da wir können es ja mal so ausprobieren wir könnten ja mal ganz geschwind nach oben fliegen und hier müssen wir wieder haste bekommen genau 14 13 aber zack so da können wir hier auch die höhle liebst late mit gut ich habe eigentlich keine zeit für sowas können wir die nämlich schon mal besser reparieren so wir wollen hier jetzt zubauen wunderschön und ihr auch und ihr auch jetzt müssen wir eigentlich wieder auf fliegen ja höhe ist noch noch ein bisschen nicht mehr viel das lapis nehmen wir mit nehmen wir mit den schönen lapis ist das gut und das ist sehr gut nur genau eigentlich nur kurz auf drei aus man ist auch eine doofe ansicht hier die will doch niemand haben so wunderschön dann müssen wir gleich unten sein dann hätten wir das schon mal geschafft doch dann nicht aber den wie viel haben wir denn noch da 200 oder sogar diamanten sogar diamanten mit aufzubauen oder warte mal gucken ob hier noch irgendwas ach guck mal da ist sogar noch einer hier ist sogar noch eisen das hier irgendwie eine eisenquelle weil hier so viel eisen ist da ist noch ein bisschen eisen nehmen wir noch mit so und dann weiter runter also wieder schon mit eisen wenn sich nimmt es ja gerne mit weil das brauchen wir ja auch hier ist tatsächlich eisen block of raw iron da sind ja neun eisenblöcke na so aber wir sind noch nicht durch aber wir sind noch nicht durch so hier ist ein bedrock das heißt wir haben quasi neun mal neun das heißt wir haben quasi vier in jede richtung das heißt eins zwei drei vier das würde auch bedeuten eins zwei drei vier und auch quasi eins zwei drei vier und auch in die richtung eins zwei drei vier und das ganze wird es erstmal ausgaben wunderschön das ist wunderschön 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 ja 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 es ist doch so schön das macht es viel spaß das koppeldiebslade abzubauen wir haben noch wieviel haben wir 150 halten das kriegen wir hin das kriegen wir hin wunderschön wunderwunderschön jetzt wieder Diamanten, nehmen wir gerne mit schadet ja nicht, die Diamanten mitzunehmen oh, ne so nicht so nicht, tuff haben wir noch sehr viel oder sehr wenig eigentlich, eigentlich zu wenig zack zack so jetzt können wir, können wir mal zwei, drei, vier das ist echt vier Stück in alle Richtung ja, es kann gut hinkommen zack zack da können wir jetzt Deep Slate zack da rein, wir haben noch eine Rätselnkiste hier da können wir doch sowas hier gestalten und wir könnten theoretisch gesehen die Sachen hier hinsetzen und dann können wir die schon mal hier reintun und ähm die Toolbox auch da rein unten wofür sollen wir die denn mit dabei haben das ist doch Blödsinn zack zack so jetzt heißt es wiederum ein Zement hier abgebaut Gold das heißt wir können hier schon mal eine Schicht Gold hinzimmern beziehungsweise können wir auch gerade hier schon mal die zweite Schicht ins Zimmer. Das war schon wieder ein Stack. Das war schon wieder ein Stack. So, zack, zack, zack. So, wunderschön. Da war schon wieder alles, dann mal mit meiner Fackel hier in der Schöwische Licht haben. Zack. Okay, das müssen wir ein bisschen ausgraben noch. Ein bisschen schöner ausgraben, hier sind wieder Eisen. Schon wieder Eisen. Hier ist auch wieder Eisen. Wunderschön. Wunderschön ist das mit dem Eisen hier, sage ich euch. Genau, da kommt nämlich jetzt hier auf jeden Fall was hin. Genau, und hier, dann müsste jetzt ein riesen Bordrad haben, ne. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 5. Ne, das ergibt nicht so viel Sinn. Das ergibt nicht so viel Sinn. Weil wir ja dann hier 3 haben. So, wo haben wir jetzt einen Block vergessen? Hier. So, und so, und so, und so, und so. Und dann natürlich hier auch. Ich wollte schon sagen, es kann doch nicht so gut aufgehen. So. Zack, zack. Und die Beacons natürlich. Ah ne, nicht da, nun. So, jetzt haben wir natürlich nur kein Eisen. Ne, haben wir nicht, weil es ja Rohreisen wird. Das wird ja Rohreisen, das ist ein bisschen doof. Das heißt, wir brauchen nochmal vier Eisen. Ja, drei Raketen da rauszukommen, gut. Oh. Das wollten wir nicht. Das wollten wir nicht, das wollten wir nicht. Aber so können wir jetzt immerhin noch ein bisschen Zeichen rausschmeißen. Wunderschön. Wunder, wunder, wunderschön. So, was wollten wir haben? Wir wollten vier Eisner haben. Ich würde sagen, das aktivieren, machen wir dann in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wenn es gefällt, dann lasst doch eine positive Bewertung da oder auch ein Abo. Bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute.